da sind wir wieder und wir sind borsten maullos wir sind borsten maullos ja er liegt da hinten am feuer er macht nicht aber mit dabei ist sarah sarah 007 und dabei ist auch prämo pro meter ist entschuldigung 20 77 hallo ihr beiden seid gegrüßt hallo hallo und hallo youtube ja die letzte folge war halt ein bisschen kurz weil ich technische probleme hatte das auslust der technischen problem seht ihr hier ich habe zig notizen das komisch und ich weiß nicht wie ich da dran gekommen bin gut ich glaube ich habe das ganze holz versammelt dafür viele blätter ach die macht man aus holz reparieren wo schmeiße ich dann die kiste hin für deine memoaren was ist das denn hier für die kiste was wurde mir denn hier jetzt gerade angezeigt eigentlich moment wo war das dann kiste reparieren ach so kohle ist da drin ja warum eigentlich warum ist die kiste kaputt das ist viel das ist auch komisch hatte die nicht borsten maul gebaut ich glaube ich kann nur kisten bauen ich weiß es gar nicht erinnere ich mich darf ich da die notizen reinmachen und die kohle raus ich dachte ja ja genau ich dachte wir bauen wir bauen ein extra für deine notizen ja da steht ja nix drin das sind einfach blätter das ist blödsinn was da passiert ist nur dann schmeiß rein ich habe die kohle mal ausgenommen ok ok kohle raus mit kiste hatten wir doch ja metall haben wir im lager das kann ja das ist auch schwer schmeißt du dir alle einzelne rein wie mache ich sonst per dragon ach so du hast ja im moment da ich mach mit maus ich mach mit maus ach so ja dann per dragon top so die sind auch alle einzeln oder da bin ich bis nächstes jahr noch dran ach du liebe aber klappt mir jemand die aus der kiste raus ja ich dachte kommen die alle wieder zurück nein nein ich habe das auch gerade mal versucht aber ein bug war bei mir jetzt nicht dass ich tausend notizen hatte oder so eine folge der notizen beseitigung ja wo nix drin steht wie hieß der skandal jetzt mit den papieren die ordentlich steuern hinterziehen dingens haben wie viel hast du denn da ja hunderte ja dann ich höre auf weil ich habe genug zu lesen erst mal steht denn was drin die sind leer ich habe auch mal eins angeschaut ist die notiz konsum gut schreibt deine eigenen notizen auf eine notiz schreibt deinen eigenen text auf eine notiz oder leg sie in einen kochtopf um eigene rezepte zu erschaffen dafür sind die auch stimmt kann man es auch in feuer werfen ich nehme die war raus ich kann ja mit der tastatur rausschmeißen dann sind die schneller weg der müsste langsam gar sein denke ich mal so also das was hier liegt ist alles sind alles notiz nicht dass die da einfach mal liegen ich muss mal papieren wenn es gehen würde das ist doch blöd geht nicht verschwindet der müllhaufen hier irgendwann auch ja das verschwindet nach einer zeit genau müsste auch dran stehen nach fünf minuten oder so naja gut verfällt in zehn minuten aber das verschwindet dann halt das kann man auch einstellen wie lange das da bleibt ja liebe leute dass das dauert jetzt muss ja alle das sind ja einzelne hast du eine möglichkeit irgendwie alles rauszuwerfen oder so mit einer taste auf deinem game control dingen dann schmeiße ich mein ganzes inventar glaube ich weg aber ich sehe ein ende am ende ist ja nicht ja sonst hätte ich gesagt oben suchen nach notiz und nur auf alle items fallen lassen dann schmeißt da nämlich nur die ausgewählten sagten raus aber notiz gute sache das müsste eigentlich funktionieren ich habe es auch gerade ausprobiert ja doch das ist das alle fallen lassen danke für den tipp gott sei dank das ist mir gerade eingefallen warum habe ich jetzt hier eine tasche fallen lassen wo sie wie geht es dir ja drei kattel wieder reichlich und die ist gut in der verdauung das stimmt ich bin mal wieder überladen okay kein holz was denn jetzt was für ein quatsch ich weiß dass meines bär den müll ich hoffe ich frisst jetzt gar nicht obwohl berechtigt wäre es ja das mit der rampe ist toll hier das ist richtig schön gefällt mir auch wieso ist denn mal sie auch nur notiz und die hatten level was ist denn schon kompost in der kompost kiste nein wir hatten kein strom ach so der strom müsste drei code ballen sage ich mal und 30 stroh oder so das gibt glaube ich eine eine tüte kompost sage ich jetzt mal so ich habe jetzt gerade mal 50 reingepackt das dauert und das dauert halt eine weile bis der kompost auch entsteht also das ist das ist erst erst mal die methode der wahl das gibt dann später noch andere methoden aber da will ich mal nicht spoilern sagen hier ist auch eine notiz da muss ich dir auch mal lesen jetzt ist die frage kann ich so ein boden bauen also ich brauche ein level ab ich muss irgendwas machen dann gehen wir jagen wir wollten jagen ja stimmt wir wollten jagen gehen wegen leder da habt ihr irgendwo strukturen ein tun kann ich hätte ja eine fenster wand steht direkt an der rampe weil ich habe zu viel gammelfleisch metall mehr auf der anderen seite glaube ich kannst du das stammt die drei kisten dann könnte ich nämlich die sachen die wir nicht brauchen da rein denn ich denke die zwei etagen reichen erstmal oder sollen wir noch höher bauen das machen wir erst mal so ein haus oder ja sonst wird das kann man doch später immer noch erweitern wer weiß was wir noch alles dazu kriegen dann bauen wir sowieso noch mal was ich nämlich jetzt brauche ist nämlich zum boden ohne diese hölzbalken da dran obergeschoss boden mann deutsche sprache aber wir wollten jagen heute ach ich weiß nee das war ich glaube aber müssen wir sie dann überhaupt mit dem obwohl die hilft uns vielleicht beim kaputt machen sage ich mal ja wenn wir was wenn uns jemand hier zu gefährlich kommt dann das stimmt wie viel leder braucht man noch mal da hinten wäre wieder so ein dinosaurier wie mausi auf der anderen wasserseite flussseite seeseite ja ja vielleicht müssten wir da wirklich mal über unseren schatten springen und mal eins und hier angreifen so ein großes vielleicht schafft das maus ja auch wo war das jetzt ach da hinten jetzt sehe ich es auch ja mausi ja mausi your turn hätte ich beinahe gesagt dein auto ich wähle dich mausi die hat es beinahe gesagt ist das so ist das so wo sind bienen bienen? das sind fliegen das sind fliegen die gehören mir ach so die Summen um den ok um den Komposthaufen rum genau schwierige Angelegenheit ja ja komm ruhig mit ich fahrhunger und verdurst Richi ist noch da hinten zugange ja ja ich habe noch holz im Inventar das brauche ich gar nicht jetzt haben wir auch schon wieder Müll oh wo seid ihr eigentlich? hier hinten komm ich bin hier ganz alleine dann komm doch oh oh kacki liegt hier ne will ich nicht große kacki kleine kacki alles voll ja seid ihr da bei mausi? ja komm hier ja wir wollen einen Triceratsopster hin morden oh für nieder dann lasst mausi lieber hier oder? die hilft uns die hilft uns das geht dann schneller aber das ist doch einer von ihrer Sorte oder? ja ja aber was will man machen? wir brauchen Leder für den Sattel für Mausi und ich brauche Leder für mein Hemd kommst denn du auch? ich bin da ich bin schon ich bin schon drüben was ist das denn? also was war das jetzt für ein Viech? geht ja gut los so sie müsste jetzt eigentlich grad loslegen äh schon erledigt ist der wasser sehr schön und mit was mit der steinaxt oder? ähm das ich mit der Spitzachse oder? genau ich glaube mit der Spitzhacke da gibt es glaube ich mehr Leder aber Mist die ist geht das? ich stell mich um drauf ich hab schon sechs Leder ich hab schon sechs Leder schon Brocken das ist doch sehr schön ich hoffe das hat sich gelohnt ne sechs Leder nur komm wir jagen noch eins ja wir gucken was wir so noch alles kriegen alles was wir finden können alles was wir finden können oh oh guck mal da hier da ist doch noch was oh wer hat's dich zerrissen? war das Mausi jetzt oder? ja ach nee du bist bewusstlos wie kommt das denn jetzt? ich glaube ich hab den Lieblingsbaum von Mausi zerstört und jetzt ist sie ihren Code nein sie ist ein Stein hm Mausi oh ich bin wieder da ich hab sie vielleicht aus Versehen getroffen oder? das kann sein ja aber normalerweise dürfte die eigentlich nicht äh uns nicht schlagen oder sowas Sarah Sarah ist dahin ja hier ist noch mit Dino oh ja hast du den denn geschafft wow einfach mit Pfeil der Hangt da feste Frauen Power so komm her du oh 14 Leder hoß Fleisch 18 Leder 21 Leder ja je größer die sind umso mehr kriegt man natürlich raus das stimmt schon ja Mausi tut mir leid aber sie hat ja auch kurz den Dino da oh Mausi langsam neuer Level sehr gut was machen wir denn neuen Level ich bin so viele Bäume große Bäume vor allen Dingen oh ich habe auch ein Level bekommen stimmt hast recht Machen wir vielleicht mal ein Mausi rein also ich mache was machen wir denn ich weiß auch immer nicht vorhin habe ich doch irgendwas gesagt was gut noch wäre was war das denn ich weiß es nicht mehr ähm Angel die Angel genau ich mache die Angel ist das gut können wir ja auch mal angeln gehen na gut mit dem Lernen weiß ich immer ich habe noch so gut wie gar nichts gelernt ehrlich gesagt weil das doch obwohl das werde ich Dodo ne das kann Dodo das ist ein Ovoraptor oder sowas dieser Eierdieb da komm her da komm her wo ist er hin da oben ist was ganz großes da guck mal da oh ja ist das so ein nach wie heißen sie denn egal wie es heißt Leder Prontosaurus die sind total friedlich ich glaube es ist noch einer von den größeren glaube ich ich habe den Namen vergessen ich habe jetzt mein Dodo Decks auch nicht offen aber das ist noch größer als der Pronto meine ich aber der ist auch bestimmt ziemlich schwierig ich weiß nicht ob das unsere Mausi schafft welches Level hat der denn der macht die Bäume kaputt der ist gut den müssen wir zähmen ja äh 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 habt ihr ihn schon? nee der läuft weg hinterher oh da ist ein Gebäude wo? ein hier wer hat das gebaut? das ist eine Ruine ja das kann gut sein ja das gibt es hier überall hier guckt euch was ich habe hier ich sehe nur Sarah was ich habe oh ein Gino ein Dodo ich will den großen haben oh ein toter Dodo jetzt kommt er zurück oh das ist aber ein Leber hier wie heißen die? jetzt wird es auch noch dunkel renn renn spring ich bin tot oh nein von Titanosaurus ich belebe dich wieder ich habe hier sowas wie ein äh Quest oder so etwas gefunden die Explorer Notiz mhm oh bin ich schon wieder verleckt hier nein oh ich bin bei dir okay wir haben doch den Dino gar nicht angegriffen doch ich habe ihn angegriffen mit Fall und Bogen und was machen wir mit dem der ist sehr stark der ist sehr stark der müsste Leder geben die Erde lebt schnell weg ja ich glaube den kriegen wir nicht der ist eine Nummer zu groß welches Level? äh ich gucke mal naja Level 4 ach oh wo ist mein Inventar? ach da da der grüne Strahl so halb schwebend hm ich bin tot oh nein Titanosaurus wie sollen wir den das ist ein Titanosaurus? wie sollen wir den denn füttern? naja pfff ja pfff da ist man nur noch am Nahrungsschleppen wahrscheinlich und seid ihr bereit? ich will wo wollt ihr hin? ich hab schon wieder mehr oh nein ach du bist gestorben ja ja oh da müssen wir nachher nochmal hier hin mein ganzes Inventar ist in dem Ding ich krieg das jetzt nicht dann mach du mal dann müssen wir nochmal her wo sollen wir denn wieder spawnen? ähm ja ich weiß ja nicht wo du spawnen kannst in der Ehe von deinem Tod ich hab hier nen Bettfilter oder hatten wir nicht nen Rucksack gelegt irgendwo oder so nen Schlafsack meine ich nicht Rucksack ja Schlafsack glaube ich oder? mhm ansonsten war das doch im Süden oder nicht? ja Zone 1 ich bin mir auch nicht mehr sicher aber der ist ja sehr stark diese Titan ach guckt mal hier das stand erst gar nicht Sarah was? Südzone 1 da steht jetzt in Klammern leicht hinter ja und wisst ihr wo wir ja genau da gibt's den Hinweis ich sehe grad Sarah Sarah ja die liegt hier wahrscheinlich ja und ich krieg meine Sachen nicht und wisst ihr wo wir bei den ersten Folgen waren? wahrscheinlich im Norden in der Nordzone da waren wir im Osten ne im Norden waren wir im Osten das ist sehr schwer steht hier schwer ja ja so ich seid ihr bereit soll ich respawn oder? ja sofort dann suchen wir also in der nächsten Folge deine Sachen ja Sarah? ja deine ja auch Richie du bist auch tot ich bin ja auch tot ja richtig ok wir spawnen? ja spawn ja gut ok ja Mausi wird zurecht kommen die werden wir gleich wieder finden dann ja und damit sind wir am Ende der Folge ja mal wieder oh meine Fakten ist kaputt vielen Dank fürs Zusehen Kommentare, Tipps und Tricks vielen Dank dafür bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss